Wolkenlos, etwas fahl, seit Monaten Sonnenschein, seit Monaten, Tag und Nacht, der Wind weht Flocken an, Asche von Pflanzen, Asche von Dingen, nun Asche von Menschen. Hunde ohne Fell fressen schwarze, trockenharte Reste von Gebeinen, Ratten die Würmer aus ihren Geschwüren. Es gibt Wasser, sagt man, Tümpel, fern im pazifischen Becken. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die ZDF, 2020